hallo und herzlich willkommen zu stardew valley ja in der letzten folge haben wir das intro gesehen haben so ein bisschen die geschichte kennengelernt und sind in unseren hof eingezogen und jetzt wollen wir mal gucken wie es weitergeht viel spaß so da haben wir unseren hof guten morgen so alles gut alles schön sehr wahrscheinlich ja ich wollte noch einmal ganz kurz hier was gucken bevor wir weitermachen in den optionen ist die musik ein bisschen laut ich möchte das ein bisschen leiser haben wir machen das immer alles ein bisschen wir können es ja noch dann verändern so dass auch so ein bisschen die musik ist zwar schön aber zu laut ist dann auch nicht so schön wir lassen es so erstmal probieren das so ein bisschen aus und gucken so wir haben ein päckchen und wir haben hier einen fernseher gucken wir einfach mal wetterbericht willkommen bei koz 5 deine lieblingsquelle für wetter neuigkeiten und unterhaltung wir gucken mal wie es wetter morgen ist der wird den ganzen tag klar und sonnig sein das ist super super schön dass es so ist gefällt mir gut wir haben hier noch ein päckchen gucken wir mal rein so fast die nacken sah du hast 15 samen für passt die nacken erhalten hier eine kleinigkeit um die den start zu erleichtern bürgermeister louis vielen dank herr bürgermeister das ist total nett von dir dass wir das geschenk bekommen haben wir gucken mal das ausrufezeichen hier an erste schritte gut wenn du bauer werden willst musst du mit den grundlagen anfangen benutze deine hacke um das feld zu bestellen benutze dann eine saat auf dieser erde um etwas anzupflanzen bewässer sie jeden tag bis die pflanzen zur ernte herangewachsen sind das machen wir jetzt sofort und wir haben hier noch was sag hallo es wäre eine nette geste dich jedem im dorf vorzustellen manche leute sind eventuell etwas zurückhaltend wenn es darum geht den neuen einwohner zu begrüßen okay ja das hat er ja schon gesagt das machen wir danach jetzt gehen wir erst mal raus so und ja wir werden jetzt das feld bestellen hier sehr wahrscheinlich also wir werden jetzt anfangen und hier ein kleines feld herzurichten wir nehmen mal die sense machen uns ein bisschen platz hier so das wird unser erstes feld hier werden war das mal noch weg hier ob sommer war ganz schön spitzhacke schwupp schwupp hack so müssen wir noch bäumchen fällen mini baum ich hoffe es ist kein apfelbaum so haben wir schon mal ein bisschen holz noch mal die sense wo war es ja das wird mit der zeit dann sehr wahrscheinlich ein bisschen leichter gehen wenn man sich so ein bisschen in spiel rein gefunden hat so kommen noch mal hier und jetzt nehmen wir das so dann haben wir unser erstes feld und werden hier jetzt unsere samen verteilen ja da haben wir so verteilt super werden das ganze jetzt einmal gießen dann können die schon mal wachsen ich weiß nicht wie lange das jetzt braucht hier haben wir es auf jeden fall geschafft das müssen wir gleich mal gucken dass wir die leute begrüßen erst mal vielleicht wenn die darauf wert legen und so ich meine wir sind ja höflich und nett weiß nur nicht wo wir hier lang müssen wir gucken mal also hier geht es nicht weiter folgen wir mal den weg gucken wir mal geht es hier lang hier sind wir ja ach so ja hier sind wir ja rausgekommen ne das ist der bus da haben wir ein blümchen stehen können wir das mitnehmen eigentlich ähm narzisse ja hübsch aber weiter gehen können wir hier glaube ich nicht ne auf der straße ne kommen wir nicht weiter gucken wir mal ach guck haben wir noch so einer ja dann nehmen wir mal mit ne mal gucken was wir damit machen können vielleicht können wir die auch verkaufen ich weiß es nicht dann haben wir schon mal ein bisschen geld ähm gucken wir mal so vögelchen wo wir was finden hier oder wo wir ach guck mal da da haben wir eine mani ah bürgermeister lois hat mir gesagt dass du gerade angekommen bist ich bin mani hallo ich verkaufe nutztiere und allerlei hilfsmittel auf meiner range schau auf jeden fall mal vorbei werden wir tun auf jeden fall also sie freut sich da haben wir noch jemanden hallo hier warte ups ne so hallo 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 so HW es ist mir ein Vergnügen dich kennenzulernen ich bin HW der Arzt im Dorf ja hallo HW ich bin für die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen und jegliche medizinische Versorgung aller Bewohner von Pelikanstadt verantwortlich es ist eine sehr erfüllende Arbeit ja schön ich hoffe du findest deine eigene Arbeit bald ebenso erfüllend okay danke haben wir mit ihm geredet mit dem Doktor naja wissen wir auf jeden fall schon mal wenn wir krank sind wo wir hin müssen ne so hier haben wir nichts weiter ne Bank gucken wir mal ah wo war das da ah hallo und willkommen in unserer kleinen Gemeinde mein Kind Evelyn du kannst mich Oma nennen wenn du willst ja hallo Oma Evelyn schön da haben wir auch noch jemanden oh stimmt ja ich habe gehört dass jemand auf den alten Hof zieht Abigail irgendwie schade diese überwucherten Felder zu erkunden hat mir viel Spaß gemacht auch da haben wir noch ganz schön was ne also kannst du ruhig mal vorbeikommen wenn du willst ein bisschen mithelfen oder so kein Problem was haben wir denn da Würmer wollen wir mal gucken ich glaube die kann man rausholen ne zum Angeln äh ne ach was war das jetzt ist es da ins Wasser gefallen oder wie da kommen wir nicht dran schade jetzt haben wir sie verloren sehr wahrscheinlich äh gucken wir mal weiter was haben wir denn hier ach guck mal oh du bist nicht gerade hergezogen Maru ich bin Maru ich habe mich darauf gefreut dich kennenzulernen ja schön sind alle freundlich auf jeden Fall weißt du in einem kleinen Ort wie diesem hier kann ein neues Gesicht die Dynamik ziemlich verändern es ist aufregend das ist schön Vögel was haben wir hier können wir das mitnehmen ne Pelikan Town ups hier sind wir im Garten von irgendwem äh was ist das das ist ja wahrscheinlich das Stadthaus oder so ne äh ja gucken wir mal weiter ne war noch jemanden finden hier ich glaube wir haben noch jede Menge ne das waren bis jetzt nur so ein paar die haben wir schon ähm gucken wir mal weiter wo wir noch jemanden finden ach guck mal hier haben wir noch so eine Blume nehmen wir mal mit vielleicht können wir die wirklich verkaufen dass wir so ein bisschen Geld haben vielleicht wen haben wir denn da Elliot ah der neue Bauer den wir alle erwartet haben und dessen Ankunft viele Konversationen entfacht hat aha was bist du denn für einer ich bin Elliot ich lebe in der kleinen Hütte am Strand es ist mir ein Vergnügen dich kennen zu lernen naja ne was bist du denn für einer ach jetzt sind wir hier am Strand ok was ist das denn können wir nichts mehr machen naja gut wir wissen ach guck mal hier wen haben wir denn hier stopp ach Louis na wie war deine erste Nacht in der alten Hütte dein Großvater hat sich immer über das klapprige Bett beschwert aber ich bin mir sicher tief drinnen hat er dieses Haus geliebt ja ju guck mal hier haben wir nochmal solche Würmchen ich glaube die brauchen wir zum Angeln wir versuchen es nochmal ja Lehm haben wir auf jeden Fall gekriegt aber ich glaube Würmchen nicht ne gucken wir mal weiter dass wir noch jemanden finden finden vielleicht ähm jetzt haben wir hier können wir nichts machen hier kommen wir nicht weiter na gut gucken wir mal weiter wir müssen auf jeden Fall noch Leute finden die hier wohnen ne er steht da noch gut gucken wir mal weiter haben wir dich schon ne warte Lea ich glaube nicht ich glaube nicht ich weiß jetzt gar nicht mehr wo sind wir achso hier ähm ja wir müssen uns erstmal auch so ein bisschen hier zurechtfinden wer sitzt denn da haben wir die schon ne ne Penny hi oh wolltest du etwas naja ne eigentlich nicht wir wollten nur hallo sagen hund aber kein hund da ne so achso jetzt sind wir wieder hier ja okay ja gucken wir mal hier was war hier so achso ja guck hier haben wir noch so ne Blume komm dann können wir die auch noch pflücken schwupp jetzt wird's schon wieder dunkel so ja gut dann gehen wir erstmal nach Hause ja wir gehen jetzt nach Hause ich weiß nicht ich glaube wir haben sie nicht alle gefunden ne vermutlich wir gucken mal sag hallo ja wir haben 10 Leute wir es fehlen noch 18 oha naja naja komm wir machen hier noch so ein bisschen äh aha was ist das okay hier noch so ein bisschen Holz hacken vielleicht wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Holz brauchen denke ich mal kann nicht schaden kommen wir da hin ja nehmen wir mit achso wir könnten mal diese Blumen versuchen vielleicht können wir die hier verkaufen äh sammel eine traditionelle Flügelblume die ein nettes Geschenk abgibt okay aber wir können sie doch auch bestimmt hier jetzt erstmal ja verkaufen wir gemischter Salat hier ist ein wenig von allem drin pflanze sie ein und lass dich überraschen das behalten wir auf jeden Fall dann haben wir Salat gefunden den wir noch äh aussehen können ist ja auch nicht schlecht ne so ein bisschen ähm Fasern ja jetzt wird es gleich schon sehr sehr dunkel so komm mach du noch ein kleines bisschen hier noch einmal den nehmen wir noch mit und dann gehen wir schlafen ja jetzt wird es dunkel gehen wir rein so so Leute wir haben den ersten Tag geschafft äh wir werden jetzt ins Bett gehen einmal speichern ne so nicht so ins Bett gehen ja ach guck mal wir haben da tatsächlich was für die Blumen bekommen ja ist ja schön super haben wir ein bisschen Gold dazu bekommen können wir bestimmt gebrauchen okay schön erste Tag im Frühling guten Morgen ja und wir sind wieder ausgeschlafen uns geht's gut den ersten Tag haben wir geschafft das ist sehr sehr toll ähm wir werden jetzt hier eine kurze Pause machen ähm ähm ähm